Warten nur kurz, dass wir wieder zusteigen. Ich weiß nicht, ob ihr den Panzer verloren habt. Was haben wir verloren? Der Panzer. Welchen Panzer? In den du fahren solltest und kommandieren solltest. Wieso, der steht doch da. Ich glaube noch ein Stück rück. Ah, da ist er. Entschuldigung. Ich muss mich nur ein bisschen bewegen. Das ist schlecht, irgendwann so lange sitzen. Weißt du, da kriegst du eine Thrombose. Dann haben wir fertig geladen. Ab und zu durch Blutung fördern ist wichtig. Und da nur eine Freizeitstrumpel trägt. Schleck du mal lieber ein, bevor ich deine Stützstrumpel bis zum Wohnhof füge. Kannst du mal raus aus meinem Sitz, Alter? Was fällt dir ein? So, so. Kann ja jeder kommen. So, dann mal Panzer Marsch. Haben wir der Häuser hier. Da, fährt er. Kann ich nicht sehen. Hecke im Weg. Ja. Ähm. Fahrer vorwärts und nach rechts einlenken. Auf die Angriffsmarke. Zu der Buschreihe davor raus. Auf 2 Uhr ist er. Ähm. Ja, ja, ja. Okay. Panzer Halt hier. Panzer Halt. Und warten. Der kommt jetzt direkt vor uns. Rechts. Rechts der Buschreihe. Richtung. Fragezeichen. Kommt jetzt auf euch zu. Ist markiert. Feuer frei. Lass ihn aus dem Busch rauskommen und dann fertig. Genau. Super Schuss. So, jetzt nur noch. Nur noch abarbeiten das Ding. Ich glaube der Schütze ist tot. Links ist, äh. Links ist, äh. 1 bis 2 Uhr links ist Schütze. Eventuell hat jeder. Ich glaube das war der Boden. 3 APCR. Ich hab einen von euch. Ah, jetzt passt's. Ja. Okay. Der versucht wegzukommen. Einfach immer weiter drauf. Passt schon. Der kommt nicht weg. Hörst du mich? Ja, klar. Feindliche FOP. Wie. 10. 3. 3. Nö. Achso, das ist ein Bug. Ja, jetzt ist er komplett verzweifelt hier. Ja, sehr gut. Gute Arbeit. HB an. Und dann setz dich mal rechts an das rote Haus voraus. Rechts davon. Dahinten fährt der Stag-Ond. Rechts an das Haus. Und dann Turm 12. Stag-Ond dann direkt voraus. 200 Meter. Panzer Halt. Direkt voraus Stag-Ond. Sauber. Stag-Ond ist vernichtet. Guter Schuss. Das lief doch super. Den hab ich beim MG auch ordentlich angeschlagen. Rechts fährt was? Direkt hinter dem roten Baum. Direkt hinter dem roten Baum. Kurz vor 12. Ja. Rauch. Chromeway. Setz dich direkt dahinter. Warte, da ist die Buschreihe. Fahr weiter Fahrer. Setz dich direkt dahinter. Wir machen dir mal ein bisschen Angst. Turm auf 12. Wander eindrehen. Nach rechts jetzt. Nach rechts. Auf 2 Uhr lenken. Nach rechts. Volle Kanne nach rechts. Jetzt auf 3 Uhr. Ganz nach rechts einschlagen. Weiter rechts. Weiter rechts. Weiter weiter weiter. Und stopp. Und jetzt Feuer frei. Jetzt mach ich ihn fertig. Motor raus als erstes. Und dann weiter. Moin fertig. Dann läuft auch der AT-Ler direkt davor. MG rausnehmen. Gut. Jetzt den Panzer knacken. Für den Motor raus. Und dann ab dafür. Dann können wir nicht mehr so viel aushalten. Das heißt wir müssen ihm jetzt ordentlich Druck machen. Alle Lüten dicht lassen. Offensichtlich. Okay. Die haben. Die wissen nicht was tun. Immer weiter schießen. Hauptsache es trifft. MG Feuer frei. Auf das was die Sicht sein könnte. Alles was der Schwert hilft jetzt gerade. Wunderbar. Und nichts wie weg hier. Nach Südwesten raus. Oder Südosten. Gute Arbeit Jungs. Sauber ausgeführt. Ähm. Zur Info. Wir haben den Cromwell südlich des Punktes. Äh. Steht da im Busch. Wenn einer einen AT-Ler zu viel hat. Schick den mal runter. Ich hab Kontakt. Soll ich schießen? Kann der mal gefährden? Hau rein. Das. Das ist nicht der Feindpanzer. Der Feindpanzer ist auf 5 nach 2. Wir sehen die Rückseite seines Turms. Äh. Nicht schießen. Turm auf 12. Wir gehen einfach näher ran. Fahrer vorwärts. Ähm. Ja. Bis nach rechts halten. Auf. Ja. Jetzt 3. 2 bis 3 Uhr. Über die Buschreihe jetzt. Wir sind gleich direkt hinter ihm. Einfach weiter drüber hier. Hier ist so ein Sumpf. Du fährst gleich einmal hier hoch. Unter dem Baum halt. Und halt. Und jetzt. Feuer frei. Äh. Zurücksetzen, dass wir aus der Senke rauskommen. So. Jetzt austoben. Motor raus als erstes. Und dann fertig machen. Genau. Der kommt da nie mehr weg. Der hat sich voll da in den Vorgarten. Manövriert. Der ist. Im Eimer. Er kämpft. Ist gleich weg. Oh. Jetzt dreht der auch noch. Damit der Schicksal wirklich nichts trifft. Sehr gut. Huch. Einen Meter drüber glaube ich. Wir haben noch einen Ateler dran. Der ist im Arsch. Keine Chance. Sehr schön. Geiler Scheiß. Panzer zerstört. Also der südliche Kompel ist zerstört. Schalt als würde der Speerwagen nehmen. Stopp. Auf 2 Uhr. Rechts oben. 2 Uhr. Zwischen Bauernhof und Scheune. Da steht der Stakehound. Da steht der Stakehound. Er ist weggefahren. Das ist natürlich schade. Da fährt er links raus. Links vom Bauernhaus. 200 Meter. Super Schuss. Motor zerlegt. Er lebt aber noch. Geiler Scheiß. Er lebt noch. Motor war das. Wenn du nicht schießen kannst, sag Bescheid. Dann fahren wir ein bisschen vor. Ne, passt schon. Der Stakehound ist zerstört. Gute Arbeit. Hör ihn. Ja. Er ist hier links. Ich sehe ihn links. 9 bis 10. Er kommt links ran. Panzer Marsch. Vorwärts Marsch. Sofort raus. Südlich auf die Felder. Fehler links. Fehler links. Einfach raus auf die Felder. Du siehst die Lücke in der Steinmauer. Da durch. Und dann links um. Wie gesagt, wir müssen gleich ein Atelier anbieten. Ich bin für ihn jetzt hier links. Genau. Jetzt hier links. Oh Gott, der hat zu kack. Okay, links raus. Einmal durch den Graben durch. Und dann hinter das Haus setzen. Weiter fahren. Einfach weiter fahren. Rechts. Rechts der Häuser durch. Da ist so ein Loch. Genau. Wir treffen nix. Sie können nix. Einmal weiter. Das war scheiße. Ich mach. Ich mach. Ich mach. Ich lege im Graben. Ich mach. Okay, Atela ist direkt hier voraus. Am Baum. Den mal fertig machen. Turm nach links. Links, links, links. Anderes links. Turm nach links. Da. Läuft auf uns zu. Hier. Nein. Rechts. Direkt hinterm Baum. Direkt voraus. Schnell, Schnell, Schnell. Schnell, 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 Schnell. Alter. Ich kann nicht. Ich glaub es hackt. Ist kaputt. Wir können fahren. Wir können nicht wirken. Draußen ist im Graben. Vorsitz mit HE. Jetzt sind ausgestiegen. 2-3-2 deckt uns in seinem Leben. Atela ist tot. 2-3-2 hat auch einer gewischt. 2-Stückiges Gebäude hier. Oberes Fenster. Da HE rein. Dann nicht schießen. Dann nicht schießen. Dann nicht schießen. Dann nicht schießen. Ich war hier raus. Jetzt kannst du. 2-3. Das Gebäude. Oberer Stock. Rechts Fenster. Kann man leider nicht sehen. Ich gib mal einen Grund. Nein, nein. Dann nicht schießen. Okay. Passt schon. Feuer einstellen. Wir haben nämlich immer noch die Panzer am Arsch. Turm auf 12. AP laden. Panzer vorwärts. Einfach nur geradeaus jetzt fahren. Und halt. Wir warten. Links um. Links um. Vorwärts und links. Wir manövrieren uns jetzt hinter das Haus. Der kann uns hier nicht erwischen. Wir müssen nur schnell sein. Machst quasi einen Vollkreis nach links rum. Hier auf der Stelle quasi. Nach links. Genau. Genau. Perfekt. Und jetzt vorwärts zwischen den Häusern durch. Links. Links. Links vom Haus. Links vom Haus. Hängst an einem Baum. Du musst zurücksetzen. Und dann links. Und jetzt links. Da ist er. Zwischen den Häusern durch. Zwischen den Häusern durch. Zwischen den Häusern durch. Weiter vorwärts. Weiter vorwärts. Und jetzt gleich halt. Hier halt. Hier halt. 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 Links. Wenn wir einen Beschuss kriegen. Links. Wenn wir einen Beschuss kriegen. Oh gut, dass er die schießen kann. Okay. Weiterschießen. Wir haben das im Griff. Der hat mal wieder. Keine Ahnung. Äh. Okay. 232. Schieß mal auf den. Ballert einfach. Der hat Angst. Der hat keine Ahnung. Wir haben das hier im Griff. Der kommt eigentlich noch raus. Alles klar. Ja. Du bist. Der ist da in der Senke. Du kannst immer noch schießen wenn du willst. Ich seh nichts mehr. Der kommt gleich wieder vorgefahren. Der fährt jetzt nach rechts raus. Da ist er wieder. Ist ein Abpraller. Okay. Fahrer hinterher. Okay. RT hat ihn erwischt. Gut. Gute Arbeit Jungs. Loben auch einen RTler. Alles klar. Nichts wie weg hier. Nach Süden raus. Zur Hauptbase. Auch das war wieder verdammt gute Arbeit. Sauber. Gute Arbeit Jungs. Dank für die Hilfe. Hätte ich fast ins Auge gehen können. Aber halt nur fast.